Moshi Moshi, Leute, hier ist Paris 080 und wir spielen Cave Story. Okay, dann wollen wir mal weiter. Ich hab ehrlich gesagt, aber... Äh, komm raus, kein Plan, was ich jetzt machen soll. Naja... Wahrscheinlich einfach weitergehen. Okay, das Schwert sieht zwar cool aus, aber hat eine nicht gute Reichwerte. Zumal diese Idioten mich natürlich wieder von allen Seiten angreifen. Okay. Ja, ja. Immer schön... Ein Ansch... Okay, die Waffe ist falsch. Also immer schön ein Niedermachen. Hört auf mich zu nerven! Ihr blöden Viecher, ich hab euch nichts getan! Und langsam diese Sache... Du bist ein Roboter! Du hast unsere Brüder abgeschlachtet, Rache und so. Dabei frisst ihr Mimikas. Also kann ihr mir nicht erzählen, dass es eure Brüder sind. Hm. Na komm, stirbt aus! Das Problem an der ganzen Sache ist... Die würden sogar auch in einer Atombombe leben. Ja, Kackalaken überleben in einer Atombombe. Ich geh mal wieder kurz heilen. Wo ist nichts mehr für ihr, aber egal. Naja, das sagst du zum hundertsten Mal, dass du Arzt bist und mir helfen kannst. Huh? Das merke ich erst jetzt? Sie ist weg! Aha. Aha. Aha, danke. Sie ist abgehauen! Ja. Abschecken? So wie Checker? Ne. So ein Typ ist Code, nicht? Balderschemper. Hm. Okay, okay. Dann wollen wir mal da hin. Und wo das auch immer ist. Muss sowas, dass... Ja, ich wusste ja zwar... Dass sie, wenn sie die Medizin kriegt, es ihr wieder nach besser geht, aber... Haut ab! Stirbt aus! Aber dass es so läuft... Okay. Ja, ja, ja. Hier! Stirbt! Ach ja, stimmt ja wieder. So ein bisschen... Ja, runtergegangen. Los, los! Ja, mit den Dreiecken. So. So hat er mal wieder die... Moment mal. Ach herrje, das hat auch nicht mehr viel. Okay. Yay. Yay. Fahrstuhl-Lifting. Er gibt Ersatz. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und du blödes Viech, du nährst. Was ist schlimmer als ein Gegner, der auf dem Boden ist? Ein Gegner, der fliegen kann. Und was ist noch schlimmer als ein Gegner, der fliegen kann? Der auch noch schießen kann. Los, 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 los! Hier. Ich fürchte, diese Viecher wären lästig. So. Na komm. Ja, nochmal. Und... Pass auf! Haha! Ja, seht ihr? Das ist King. King ist bei uns. Wenn auch nur sein Geist. Aber, äh, ja. Aber nicht so ein Geist wie dieser komische Barock-Klon da. Schön den Kopf anstoßen. Tut ja auch gar nicht weh. Naja. Warum zur Hölle bin ich nicht hier den Weg gegangen? Lassen wir es lieber. Ey! Du... rückst mir ein bisschen zu sehr auf die Pelle. Nee. Äh. Wie soll ich denn da weiterkommen, wenn es das ist, was ich denke? Ach so, ich... Ich kann es mir vorstellen. Oder doch nicht? Nein. Äh. Ähm. Okay. Vielleicht anders. Ja, so müsste es gehen. Ha! Ich stelle mich doch gar nicht so blöd an, wie ich befürchtet habe. So. Danke fürs Mitnehmen. Komm, rein damit. Ach. Da ist ja schon der Begrüßungskomitee. Ach ja, da fällt mir ein... Ich sollte mal Lila... Oh, her damit. Oh nein, 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 nein! Scheiße! Ich erinnere mich! Ich erinnere mich! Oh Gott! Hier, kriegst du King in die Fresse. Oh nein! Das ist ein Gegner! Das ist ein Boss! Das ist ein verfickter Boss! Oh! Das Fisch ist scheiße! Oh Gott! Ich sehe schon, ich bin gleich wieder tot! Oh! Oh Gott! Seht ihr dieses komische Ding da? Diese komische Maschine? Ja, Leute, das ist ein Gegner! Und das ist ein Gegner! Und nicht ohne, wenn ich mich nicht... Sterbt doch endlich, Leute! Das Ding sieht schon unheimlich aus! Und hat einen Hundefoderabdruck! Ach, kann ich doch wahr sein! Warum zur Hölle? Warum? Äh... Und... Was habe ich nur getan? Das Spiel angefangen! Hier! Oh Gott! Ich hasse das schon! Nein! Oh Gott! Ja! Jetzt fängt es an! Oh Gott! Ich hasse das! Stirbt, Leute! Stirbt! Los! Ich hab... Da ist das verdammte Ding! Au! Ja, ja! Hier! Hä? Wo muss ich eigentlich nochmal schießen? Ja, ja! Ah, da so! Äh, sich! Na toll! Level down! Äh? Ich kann doch jetzt... Okay! Na gut, sagen wir mal schnell die Triforce ein! Mann, so viele auch! Sieh mal einer an! Ich kann doch jetzt nach oben! Oh, toll! Wieder unten! Okay! Oh! Das Viech sieht hässlich aus! Dieses Monster! Los! Moment mal! Ich merke überhaupt... Ich treffe das blöde Ding nicht mal! Oh! Weg da! Und ich glaube... Ich soll mal... Hä? Ach so! Achtung! Das Ding sieht böse aus! Hier! Sag mal, würdest du mal endlich sterben? Geh anderen zu... Ich hab nichts angekratzt, Navier! Oh! Autsch! Na klar! Oh-oh! Wie war da noch mal? Warte mal! Ja, ja! Kleines Arschloch, du! Aha! Kann ich nur mit einem Feuerball besiegen? Egal! Immer fester drauf! Seh noch... Seh noch aus wie Fische! Ach, seh mal einer an! Ich kann diese Fische platt machen! Alter! Ja, ja! Nein! Oh, verdammt! Ich bin... Oh, verdammt! Oh, die Räder gekommen! Fickt euch! Naja, aber ist ja wohl logisch! Ich meine, das Ding hat Ketten wie ein Panzer! Ist ja wohl klar! Okay, okay! Aber so schwer ist der auch wieder nicht zu knacken! Dann versuchen wir es nochmal! Aber erstmal ist hier Schluss! Damit es nicht wieder unnötig lang wird! Ihr kennt das Übliche! Also, ich bin Paias 080 und wir spielen Cave Story! Matane, Leute!